Wir investieren noch mal ein klein wenig in den Moderationsnachwuchs. Cheerleading bedeutet so viel wie die Beifallanrührung, denn die Aufgabe der Cheerleader war ursprünglich das Anfeuern der eigenen Sportmannschaft und die Animation des anwesenden Publikums bei Veranstaltungen und Wettkämpfen. Inzwischen findet man sogar auf Einradwettkämpfen Cheerleader, und zwar gleich sechste vom Adler 07. Die Adler 07-Botro! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Musik Es startet jetzt das Einfahren für die Großgruppe Junior-Headsburg